Hallo und ganz herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Darstellung chemischer Verbindungen. Die Darstellung erfolgt durch Lewis-Strukturformeln. Die chemische Verbindung Wasser ist euch gut bekannt. Wasser hat die chemische Formel H2O. Das wisst ihr und das wissen die meisten. Aber was bedeutet das? Zwei Wasserstoffatome H und ein Sauerstoffatom O bilden ein Wassermolekül H2O. Die 1 am Sauerstoffatom wird prinzipiell nicht geschrieben und daher lösche ich sie ganz einfach weg. Und hier ergibt sich eine wichtige Frage. Nach welchen Gesetzmäßigkeiten entstehen aus Atomen Moleküle? Bei unserer Untersuchung hilft uns das Periodensystem der Elemente. Wir schauen nach, in welcher Hauptgruppe sich einige chemische Elemente befinden. Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und auch Wasserstoff. Bei drei Elementen ist es besonders. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus.